Und der Theologe gibt gleich weiter an den Deutschen Bundestag, beziehungsweise an eine kleine Szene, die sich abgespielt hat im Februar diesen Jahres. Eine Bundestagsabgeordnete hat ein flottes Tänzchen als Video ins Netz gestellt. Und dieses flotte Tänzchen wollen wir uns zur Einstimmung einmal ansehen. Es geht um das Thema Psalm 73 um Psalm 90. Auf das Ende kommt es an. Und hier ist das Tänzchen. Also, das sind Bundestagsabgeordnete auf dem Weg zur Abstimmung, um Paragraf 219a endlich aus dem Strafgesetzbuch zu kicken. Das Ganze gefeiert mit einem Tänzchen, mit flotter Musik auf dem Weg zur weiteren Erleichterung der Abtreibung. Das ist ein Geist, wie er in den Gängen des Deutschen Bundestages zurzeit begegnet. Dass die Abgeordnete das Video später aus taktischen Gründen gelöscht hat, weil es doch etwas Ärger gab, ändert nichts an diesem perfiden Schauspiel. Eine Fraktionskollegin, Ria Schröder, hat es dann nochmal verteidigt. Sie hat gesagt, geschmacklos ist nicht das Video, sondern ein Paragraf im Strafgesetzbuch, der Frauen sachliche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche vorenthält. Das Video unterstreiche die Erleichterung der Frauen. Ein Tänzchen als Vorfreude auf weitere Freigaben der Abtreibung. Wirklichkeit der deutschen Politik im Jahr 2022. Wir erleben zurzeit, liebe Geschwister, einen Angriff auf die Menschenwürde, wie es ihnen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie zuvor gegeben hat. Einige Indizien wurden uns ja heute Vormittag bereits von Professor Seidel vor Augen geführt. Und wir müssen feststellen, das menschliche Leben ist eben nicht mehr sakrosankt. Es ist nicht mehr unantastbar, es gilt nicht mehr als unangreifbar, nicht am Anfang und nicht am Ende. Ja, man konnte damit rechnen. Der christliche Kulturphilosoph Francis Schaeffer hatte schon in den 70er Jahren unter anderem in seinem Buch »Wie können wir denn leben?« davor gewarnt, dass wenn ein atheistisches Menschenbild eine Gesellschaft bestimmt, das Leben des Einzelnen irgendwann nicht mehr wirksam geschützt werden kann, wenn Gott als letzte Instanz ausfällt. Bereits in den 70er Jahren hat Schaeffer gewissermaßen vorhergesagt, was wir heute hautnah erleben. Und vor circa 20 Jahren hat dann einer der bedeutendsten Verfassungsrechtler unserer Republik, Professor Ernst Wolfgang Böckenförde, er war auch eine Zeit lang Verfassungsrichter und zu dem Zeitpunkt, als er das schrieb, 2003, diesen Aufsatz in der FAZ, als man dort so etwas auch noch schreiben konnte, war er immer noch Staatsrechtler an der Universität in Freiburg. Bis 1996 war er beim Bundesverfassungsgericht gewesen und sein Essay trug den Titel »Die Würde des Menschen war unantastbar, Abschied von den Verfassungsvätern«, bereits im Jahr 2003. Was war der Anlass? Der Anlass war die Neukommentierung von Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes, also der Basisartikel unseres Grundgesetzes. Das ist ja durchaus üblich, dass Kommentare zu Gesetzesartikeln nach einiger Zeit aktualisiert werden, damit man die Erfahrung aus der Rechtssprechung aufnehmen kann. Hier aber, so Professor Böckenförde, Förde geschah ein systematischer Dammbruch. Und verantwortlich für diesen Dammbruch war derjenige, der es nun neu kommentiert hatte, nachdem der klassische Kommentar von Günther Dürich geschrieben worden war. Zu Beginn der Bundesrepublik kam jetzt Professor Matthias Herdegen. Und was hat Herdegen verworfen? Und darauf verweist Böckenförde in diesem bedeutsamen Aufsatz. Menschenwürde, so Herdegen, wird definitiv nicht mehr verstanden als sittlicher Wert, der aller Gesetzgebung vorausgeht. Das ist das Neue. Das heißt, Menschenwürde wird nach diesem Ansatz von Herdegen, der jetzt eben den jetzt verbindlichen Grundgesetzkommentar geschrieben hat, nicht mehr grundsätzlich an einer religiösen Begründung festgemacht, die aller Gesetzgebung vorausgeht, die also allem positiven Recht, wie man sagt, von menschengesetztem Recht vorausgeht. Das war einmal. Diese religiöse Begründung verdankte sich bei den Verfassungsvätern dem biblischen Menschenbild. Mit diesem Kommentar von Herdegen wird der Begriff der Menschenwürde in die allgemeine Diskussion hineingeworfen, wie alle anderen Rechtsbegriffe auch. Und dann entscheiden Mehrheiten darüber, was gilt. Dann gilt das Recht des Stärkeren. Und das hat Böckenförde mit großer Klarheit vorausgesagt. Damals, als er diesen Artikel schrieb, 2003, haben das viele noch für eine rechtsphilosophische Diskussion gehalten. Inzwischen fordert diese Entwicklung ganz konkret Tote. Und die ersten, die es zu spüren bekamen, waren die Embryos. Sie haben die alarmierenden, angestiegenen Abtreibungszahlen der letzten Jahre wahrscheinlich zur Kenntnis genommen im Vergleich zum entsprechenden Quartal des Vorjahres. Erstes Quartal ein Anstieg gegenüber 2021 der Abtreibungen in Höhe von 4,8 Prozent. Zweites Quartal ein Anstieg der Abtreibungen in Höhe von 11,5 Prozent. Und die Begleitmusik ist die Abschaffung des Paragrafen 219a, der hier so fröhlich betanzt wurde, dessen Verabschiedung so fröhlich, dessen Abschaffung so fröhlich betanzt wurde. Und einige Abgeordneten haben gesagt, das ist erst eine Zwischenstation. Wir wollen ran an 218. Die Abtreibung muss als Gesamtes aus dem Strafrecht verschwinden. Und Lebensrechtler fragen sich, wie kann es zu diesem nochmaligen Anstieg eben kommen? Einerseits möglicherweise durch die telemedizinische Beratung, die zu Corona-Zeiten eingeführt worden war, dass man sozusagen durch Fernberatung eine Abtreibung bekommen konnte. Das wurde nicht zurückgenommen, ganz gezielt. Das senkt natürlich die Hemmschwelle. Und dann kommt hinzu sicherlich auch dieser pränatale Bluttest, von den Ärzten nahegelegt, von der Krankenkasse bezahlt. Eine Lebensschützerin nannte das Rasterfahndung nach Behinderung. Wir haben Rasterfahndung nach Behinderung. Und doch als Christen sind wir vor dieser Kulisse nicht zwangsläufig gegen die Versuchung gefeit, in den Bann der Gegenwart zu geraten. In den Bann der Gegenwart. Das heißt, die Dramatik dieser Veränderungen gar nicht mehr als Drama wahrzunehmen, sondern das, was ist, für ganz normal zu halten. Ulrike Gerod, die Politikwissenschaftlerin aus Bonn, hat das in ihrem sehr empfehlenswerten Buch »Wer schweigt, stimmt zu« über den Zustand unserer Zeit, hat sie diesen Begriff des Banns der Gegenwart von einem Kollegen noch einmal aufgenommen und so beschrieben. Sie sagt, »Ich beobachte, wie sehr wir unsere Rechtsordnung schon verdreht und die Freiheit schon verspielt haben. Gefangen in einem Bann der Gegenwart, der uns den Blick dafür verstellt, wie groß die gesellschaftlichen Kollateralschäden und die rechtlichen Verformungen unserer Demokratien schon sind.« Zitat Ende. Im Bann der Gegenwart. Das macht auch für den Christen nicht Halt. Einer der führenden Sprecher offizieller evangelikaler Organisationen, der Präses des Gnadauer Verbandes, Steffen Kern, äußerte sich jüngst im Blick auf den Marsch für das Leben, der ja vor einer Woche in Berlin stattfand. Und seine Zustimmung dazu, die er ja als Gnadauer geben musste, war sehr zurückhaltend. Er sagte, ja, man brauche solche öffentlichen Signale und der Gnadauer Verband sei verbunden mit allen, die sich für den Schutz und die Würde des menschlichen Lebens einsetzten. Aber Kern äußerte sich zugleich, so die Pressemeldung, besorgt über die Polarisierung in der Auseinandersetzung um die Abtreibung, besonders in den USA, was ihn das angeht. Und er fügte hinzu, ja, dass Kreise von links und von rechts die Debatte um den Lebensschutz mit ideologischen Positionen aufladen, bis hin zu Fragen des Impfens. Das sei äußerst unglücklich. Und dann plädierte Kern dafür die Debatte, um den Lebensschutz weniger auf die Straße, sondern mehr im Gespräch an den Tischen zu führen. Ich frage mich, mit wem er da reden will. Und damit ist er dem Marsch des Lebens doch massiv in den Rücken gefallen, weil die ja gerade auf die Straße rufen. Also, während Babys massenhaft dahingeschlachtet werden, sieht der Gnadaupreses das größte Problem darin, dass zu viel demonstriert und möglicherweise polarisiert wird. Wo, liebe Geschwister, sind wir hingekommen? Der Bann der Gegenwart. Er zerstört die Urteilskraft und er bricht die Widerstandskraft. Und wenn wir ihn nicht erliegen wollen, brauchen wir eine Bastion, von der aus unser geistlicher Kampf geführt werden kann. Und die Psalmen, die Psalmen, zu denen wir an diesem Wochenende unsere Zuflucht suchen, sind eine solche Bastion, weil sie uns verbürgen, wer der Mensch ist und worin seine Würde unverrückbar und unzerstörbar besteht. Und nun wollen wir uns heute Nachmittag mit zwei Psalmen auseinandersetzen, zwei Psalmen studieren, zum Thema Menschenwürde, die sich einer Not annehmen, beide, die jeden von uns früher oder später packt. Nämlich, es ist die Not des Ausgeliefertseins. Psalm 73 spricht über das Ausgeliefertsein gegenüber der Übermacht des Bösen und Psalm 90 über das Ausgeliefertsein gegenüber der Übermacht des Todes. In Psalm 73 geht es um die Auslieferung gegenüber dem Unrecht und in Psalm 90 um die Auslieferung gegenüber der Vergänglichkeit. Und in beiden Fällen beschreibt der Psalm nicht nur die quälende Situation, sondern auch einen Ausweg daraus. Und jetzt gehen wir mit hinein in diesem Psalm 73 unter der Überschrift im Bann der Gegenwart und jetzt wissen Sie, wie ich diesen Begriff meine und wie wir davon frei werden. Wir lesen die ersten Verse Psalm 73 und ich möchte Sie bitten, dann mitzuverfolgen, das Ganze über den Gliederungszettel, den Sie in Ihrer Mappe finden. Ich werde mich also ziemlich eng an diesen Gliederungszettel halten. Sie können dort dann jeweils Ihre Anmerkungen und Ergänzungen dazu schreiben und ich hoffe, dass wir auf diese Weise immer noch alle wissen, wo wir jeweils gerade uns befinden. Psalm 73 im Bann der Gegenwart und wie wir davon frei werden, die Verse 1 bis 12. Ich lese nach Luther 84. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen gefällt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hoch her. Was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gottes Wissen, wie sollte der Höchste etwas merken. Siehe, das sind die Gottlosen. Sie sind glücklich in der Welt und werden reich. Dieser Psalm beginnt mit einem Vorwort, ohne den er kaum zu ertragen wäre. Am Anfang steht ein Bekenntnis, dann folgt der Erlebnisbericht des Psalmisten bis Vers 16, danach sein Gebet ab Vers 17 und der Psalm schließt mit einem weiteren Bekenntnis und der Aufforderung zur Verkündigung. Das ist gewissermaßen die Grobstruktur. Und wir sehen hier eine persönliche Krise. Beinahe wäre ich gestrauchelt, sagt der Psalmbeter. Beinahe wäre mein Schritt ausgeglitten. Auf welchem Weg? Auf dem Weg mit Gott. Auf dem Weg in Gottes Heiligtum, in den Tempel, wo Asaph seinen Dienst tat. Beinahe, sagt er, wäre ich abgekommen vom rechten Weg, aus der Spur geraten. Beinahe wäre ich Gott untreu geworden. Beinahe wäre es mir gegangen wie den Gottlosen, von denen er dann in Vers 18 sagen wird, ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Beinahe. Bei mir war es nur beinahe. Denn ich durfte erfahren, was Psalm 121, Vers 3 Gottes Leuten verspricht. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Mein Fuß ist nicht geglitten, sagte Asaph. Aber wir fragen, was war dein Problem? Und Asaph fällt mit diesem Erlebnisbericht ab Vers 2 gleich mit der Tür ins Haus. Er teilt uns seine Herzensnot mit. Aber zuvor schlägt er noch diesen Pflok ein. Vers 1 und 2, das haben sie auf ihrem Zettel, was feststeht und was wankt. Wanken tut er selbst. Aber sein Wanken vollzieht sich nicht im freien Fall. Denn Gott ist immer noch da. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Und das Wort, was dort im Hebräischen steht, was man mit dennoch übersetzen kann, das ist so ein Verstärkungspartikel. Als ob sich Asaph mit diesem kleinen Wörtchen gegen die Situation stemmt. Gott ist dennoch da. Gott ist ganz bestimmt da. Trotz der bedrohten Situation. Und mit diesem Psalm, und deswegen kommt er uns so nahe, betet Asaph gegen den Widerstand an. Mit diesem Psalm wirft er sich gegen den Zweifel. Wie wir das auch so oft in den letzten zwei Jahren mit den Psalmen getan haben. Wir haben uns mit den Psalmen gegen die Situation geworfen. Und in Vers 1 beginnt er mit einer Gewissheit. Gewissermaßen mit dem Endergebnis, das aus dem Kampf dieses Psalmes erwachsen ist. Chronologisch müsste man eigentlich mit Vers 2 beginnen. Aber wir wollen nicht ohne diesen Vers 1 starten. Und wenn Sie in Ihrer Bibel nachschauen, dann sehen Sie auch, dass der erste und der letzte Vers, also 1 und 28, eine Klammer bilden, die diesen umkämpften Psalm zusammenhält. Das müssen wir uns zu Beginn genauer etwas anschauen. In Vers 1 heißt es, Gott ist dennoch Israels Trost. Und in Vers 28 heißt es, aber das ist meine Freude. Und das hebräische Wort ist jeweils das Gleiche. Für Trost und für Freude Tov. Das heißt, Gott ist dennoch Israels Tov. Und Vers 28, aber das ist mein Tov. Und man kann das übersetzen, das ist mein Gut. Das ist mein Glück, das ist meine Fröhlichkeit, das ist meine Gewissheit. Gott ist mein Gut. Und das ist mein Gut, dass ich mich zu Gott halte. Das steht fest, das ist die Klammer. Gott ist mein Gut. Und bevor Asaph nun mit uns in diese Tiefen der Anfechtung hinabsteigt, baut er also seine verzweifelten Verse gewissermaßen in diesen sicheren Schutzraum von Vers 1 und Vers 28 ein. Gott ist mein Gut und mein Trost. Das gilt kollektiv in Vers 1 für ganz Israel, das dem Herrn folgt, für die Gemeinde Jesu Christi. Und das gilt individuell in Vers 28 jedem Einzelnen. Das ist meine Freude. Und damit sagt Asaph, du brauchst keine Angst zu haben. Du wirst dich sogar freuen. Du wirst am Ende sogar andere noch mitreißen. Der letzte Satz ist, dass ich verkündige all sein Tun. Das wird am Ende stehen. Aber dafür gibt es eine Bedingung. Für wen? Für wen ist Gott Trost, Gut, Glück? Für die, die reinen Herzen sind. Und damit meint Asaph nicht die moralisch Ordentlichen, sondern er meint die, die ihre Sünde, wie wir das heute Morgen gehört haben, erkannt haben. Und die, die mit ihren verschmutzten Herzen zum Herrn gekommen sind, um von ihm reingewaschen zu werden. Die, deren Herzen reingemacht worden sind und immer wieder reingemacht werden, das sind die, die reinen Herzen sind. Denn Asaph weiß, was auch David wusste. In Psalm 143, Vers 2, Asaph ja gewissermaßen ein Schüler Davids. Asaph von David eingesetzt als Leiter der Gottesdienstordnung. Und David hätte dafür niemanden eingesetzt, den er nicht kannte und den er nicht selber gelehrt hätte. Und Asaph wusste, was David im Psalm 143, Vers 2 schrieb. Vor dir ist kein lebendiger gerecht. Und das ist der Schlüsselferst, den dann Paulus aufnimmt in Römer 3, Vers 20, wo er sagt, kein Mensch ist gerecht vor Gott, kein Sünder kann vor ihm bestehen, kein einziger. Und da zitiert er Psalm 143, Vers 2. Das heißt, ein reines Herz ist immer ein reingewaschenes, ein von Gnade reingewaschenes Herz. Der Herr Jesus wird dann sagen in Matthäus 5, Vers 8, selig sind, die reinen Herzen sind. Und Paulus wird in Apostelgeschichte 15, 8 und 9 über die Heidenchristen dann sagen, er, also Jesus, hat ihre Herzen gereinigt durch den Glauben. Er hat ihre Herzen gereinigt durch den Glauben. Apostelgeschichte 15, Vers 8 und 9. Ein reines Herz, Herrschaft in mir, schließt zu der Sünde Tor und Tür. Vertreibe sie und lass nicht zu, dass sie in meinem Herzen ruhen. Und trotzdem, und das zeigt uns dieser Psalm auch, können auch Menschen mit einem reinen Herzen in eine Anfechtung hineinschlittern, wie sie Asaph in diesen Versen erlebt. Und wie er sie zunächst beschreibt, in den Versen 3 bis 12, das scheinbare Glück der Gottlosen. Das scheinbare Glück. Wir haben ja im Deutschen diesen schönen Unterschied zwischen scheinbar und anscheinend. Anscheinend bedeutet, die Sache ist noch offen für Deutungen. Jemand ist anscheinend nicht so musikalisch. Das kann immer noch bedeuten, vielleicht ist er doch musikalisch. Wir haben es noch nicht gemerkt. Aber scheinbar heißt täuschend. Jemand ist scheinbar musikalisch, aber in Wirklichkeit nicht. Und so ist das hier gemeint. Das scheinbare Glück. Es täuscht. Gut, meinen Sie, dass Asaph die Situation der Gottlosen realistisch wahrnimmt, wenn er in den Versen 3 bis 5 ihr Wohlergehen schildert, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging, denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Merken Sie, wie Asaph der Neid packt. Wenn er sich vorstellt, dass es für diese Leute keine Qualen gibt. Wobei er das doch gar nicht genau wissen kann. Sie erwartet doch nach dem Tod eine schlimme Qual. Denken wir an Lazarus Lukas 16, 23. Ihre Vitalität ist doch nicht von Dauer. Ja, es mag Ihnen in mancher Hinsicht finanziell zurzeit vielleicht besser gehen oder machttechnisch. Aber sie sind doch dadurch auch schon jetzt nicht ohne Mühsal oder gar glücklicher oder ohne Leiden. Wie kommt das? Dass Asaph sich in dieser Weise einschüchtern und blenden lässt, das hat auch etwas mit dem Bann der Gegenwart zu tun. Gefesselt von der aktuellen Situationsdeutung nach dem Mainstream. Auch andere Gottesmänner, die sich bewährt hatten, sind zwischenzeitlich in diese Falle getappt. Wenn wir an Hiob denken, Hiob 21. Ich habe Ihnen die Bibelferse aufgeschrieben über die Krise des sogenannten Tun-Ergehens-Zusammenhangs, dass man gesagt hat, wie kann das sein, dass einem Böser, dass es dem so gut geht, dass er so viel Erfolg hat. Jeremia 12 genauso. Sie alle haben die gleiche Krise erlebt wie Asaph hier. Sie haben von Herzen für Gott gelebt und sind trotzdem zwischenzeitlich dieser Fehleinschätzung erlegen, dass die Lage der Gottlosen zumindest in gewisser Hinsicht beneidenswert sei. Neigen wir nicht alle dazu, in bestimmten Situationen, wenn wir unter Druck sind, die Situation der Ungläubigen zu idealisieren? Und was die Situation für die Leute Gottes noch bedrückender macht, ist ein unverholener Hochmut und die kaum unterdrückte Selbstgerechtigkeit, welche diese Leute oftmals zur Schau tragen. Das sind die Verse 6 bis 9. Und wir haben von Harari und anderen heute Vormittag schon gehört. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen gefällt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie lästern und reden hoch her. Was sie sagen, das soll vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Ihr Hochmut. Das macht die Sache noch schlimmer. Ja, ihre Macht und ihr Stolz, die sie da vor sich hertragen, sind letztlich Ausdruck der Selbstüberschätzung, die aus allen Nähten quillt. Sie haben ja die Harariza-Zitate gehört. Und Vers 7 hat eine starke Metapher hier verwendet. Fett quillt aus den Augen hervor. Das können Sie sich richtig vorstellen. Fett quillt aus den Augen hervor. Wobei das damals als ein Zeichen von Wohlstand und körperlicher Kraft sagt. Heute würde man eher sagen, der ernährt sich nicht so gut. Aber mit ähnlichen Worten hat ja auch Mose Israels Sattheit, Israels Selbstgefälligkeit beschrieben in 5. Mose 32, 13 bis 15. Man könnte auch übersetzen, sie leiden an geistiger Herzverfettung. Sie halten sich selber für weise. Sie verachten Rat und die Notwendigkeit gründlichen Studiums. Sie bilden sich ein. Sie hätten jetzt schon die Weisheit mit Löffeln gefressen. Dabei ist ihre Weisheit und ihre Bildung in wesentlichen Teilen Einbildung. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Und trotzdem überheben sie sich über andere. Trotzdem empfinden und gerieren sie sich als Elite. Und trotzdem versuchen sie, die öffentliche Debatte an sich zu reißen. Vers 8. Sie reden und sie achten alles für nichts und reden böse. Sie lästern und reden hoch her. Sie wollen die Deutungshoheit. Sie machen ihre Gegner fertig. Sie verweigern eine aufrichtige Sachdebatte. Sie verweigern eine echte wissenschaftliche Debatte. Das haben wir immer wieder in den zurückliegenden Jahren gesehen. Sie reden von oben herab. Sie nutzen ihre Machtmittel. Und sie versuchen, ihre Gegner zu unterdrücken. Und in ihrer Anmaßung, Vers 9, erkennen sie nicht die Begrenztheit ihres Denkens, sondern sie maßen sich quasi göttliche Weisheit an. Vers 9. Und man kann das wörtlich übersetzen, den ersten Teil von Vers 9, was sie sagen, sie setzen ihren Mund in den Himmel, heißt es wörtlich. Das heißt, sie haben eine angemaßte, ungerechtfertigte Autorität. Sie reden vom Himmel her. Man kann das aber auch übersetzen, sie setzen ihren Mund gegen den Himmel. Das heißt, sie meinen sich sogar, über den Himmel erheben zu können. Delitzsch übersetzt, selbst der Himmel bleibt von ihrem Schandmaul nicht unangetastet. Auch das Heiligste wird von ihnen verlästert. Wenn ein Staat immer religiöser wird und die Weltanschauung seiner Bürger bestimmen will. Wenn er sich zunehmend Autorität anmaßt durch den Aufbau einer Zivilreligion, der alle unterworfen werden. Und diese Zivilreligion wird dann zur Trennschnur zwischen Gut und Böse, zwischen verfassungskonform und verfassungsgefährdend. Ein Staat, der keine göttliche Instanz über sich akzeptiert, macht sich zwangsläufig selber zu Gott. Und er will dann auch bestimmen, was Menschenwürde ist. Und wer getötet werden darf und wer nicht. Und ein solcher Staat wird immer früher oder später die Menschen in totalitäre Abhängigkeiten stürzen. Sie setzen ihren Mund in den Himmel. Aber es bleibt nicht auf den Himmel beschränkt. Es geht dann weiter. Ihre Zunge wandelt auf der Erde. So kann man das wörtlich übersetzen. Ihre Zunge wandelt auf der Erde. Sie sagen, was gelten soll auf Erden. Und damit Sie nicht denken, ich würde das jetzt so ein bisschen auf die aktuelle Situation hin interpretieren, lese ich Ihnen vor, was Delitzsch in seinem Kommentar zu Beginn des 20. Jahrhunderts geschrieben hat. Er deutet es so, er sagt, geschäftig und gebieterisch durchzieht ihre Zunge die Erde hinieden, überall das Bestehende herabsetzend und neue Gesetze gebend. Delitzsch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In Auslegung dieser Stelle. Das ist der Geist der Transformation. Und Sie beanspruchen selber eine umfassende ideologische Deutung und Gestaltung der Welt. So wollen Sie Gott und seine Schöpfungsordnung aus der Welt verbannen. Der Genderismus zerstört die Familie. Wir werden heute Abend etwas darüber hören. Und ja, das weitet sich dann auf andere Felder aus. Staatlicher Dirigismus, sei es wirtschaftlich oder ökologisch, zerstört Demokratie, märzt den Mittelstand aus und schafft ganz neue Gestaltungsräume für die ganz Großen. Nur eine kleine Beobachtung am Rande. Schon 2016 sagte der heutige Wirtschaftsminister in Richtung Putin, damals im Wahlkampf, Sie kennen mich nicht, Herr Putin, aber das macht auch nichts. Wir werden uns von Ihren Energiequellen abkoppeln, wenn wir diese Republik regieren. Dann wird sich Folgendes ändern. Wir werden erstens Nord Stream nicht bauen und die Handelsbeziehung des Gasttransfers zu Russland sukzessive abbauen, weil wir ein Energiewendeland sind. Diese Ankündigung von 2016 wirft ein interessantes Licht auf die Vorgänge, die wir heute beobachten. Sie reißen es an sich. Sie wälzen alles um. Und erschreckenderweise finden diese selbsternannten und selbstintronisierten Eliten dafür große Zustimmung bei den Massen. Das ist Vers 10. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen in Haufen zu wie Wasser. Wo Luther mit Pöbel übersetzt, übersetzt Menge mit Volk. Hannah Arendt würde übersetzen mit Massengesellschaft. Und das ist eine große Not. Ja, die Willfährigkeit der Massen. Sofern es gelingt, nur ausreichend Angst und Schrecken zu schüren, sofern das gelingt. Und diese Schiene wird ja kräftig weiter bedient. Nur ein Zitat dazu aus einem Aufsatz, den der WEF, also Schwab und Mitstreiter, am 14.09. jetzt veröffentlicht hat, was an Zynismus kaum zu überbieten ist, unter der Überschrift Covid-19 was a test of social responsibility. Also nach dem Motto, wir haben im Zusammenhang mit der Covid-Krise schon mal austesten können, zu wie viel, und das wird dann euphemistisch social responsibility genannt, die Menschen bereit sind. Also nach dem Motto, wie stark sie zu unterjochen sind und tun, was man ihnen sagt. Das ist hier mit social responsibility gemeint. Und dann lese ich Ihnen dieses Zitat vor. Eine große Anzahl unvorstellbarer Beschränkungen für die öffentliche Gesundheit wurde von Milliarden von Bürgern auf der ganzen Welt angenommen. Es gab weltweit zahlreiche Beispiele für die Aufrechterhaltung, soziale Distanzierung, das Tragen von Masken, Massenimpfungen und die Akzeptanz von Kontaktverfolgungsanträgen für die öffentliche Gesundheit, die den Kern der individuellen sozialen Verantwortungen demonstrierten. So triumphiert der WEF am 14.09. Und er sagt, damit wäre doch eine großartige Voraussetzung geschaffen, um zukünftig signifikante Veränderungen im Hinblick auf CO2 auch durchzusetzen. Es hat ja der Testlauf schon mal geklappt und wir haben gesehen, wie die Massen funktioniert haben. Mehr Zynismus geht kaum. Sie lassen sich stillhalten, sie lassen sich abspeisen. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und eigentlich muss man wörtlich übersetzen, nicht und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser, also dass das Volk wie ein strömendes Wasser ist, das Bild würde ja auch passen, das den Parolen hinterherläuft, sondern es heißt wörtlich dort eigentlich, das Volk, Wasser in Fülle, wird von ihnen dem Volk geschlürft. Also nicht das Volk ist wie Wasser, sondern hier steht eigentlich wörtlich, das Volk trinkt das Wasser. Was heißt das? Es heißt, die Herrschenden geben sich als Wohltäter aus und sie versuchen das Volk durch Erfüllung der Lebensbedürfnisse zu befrieden. Und das Volk lässt sich versorgen, das Volk schlürft bereitwillig das Wasser der Herrschenden. Wohlgemerkt nur Wasser, kein Wein. Und das erinnert uns natürlich an Aldous Huxleys Brave New World, wo die Devise lautet, ermögliche ihnen Triebbefriedigung, stille ihre Grundbedürfnisse, dann kannst du sie entmündigen. Das ist der Geist dahinter. Das Volk trinkt das Wasser seiner Mitstreiter in Strömen. Nur in lichten Momenten entlarvt das Volk seine vermeintlichen Wohltäter als Halbsabschneider. Das passiert auch. Als Halbsabschneider, die sich die Taschen füllen. Benedikt Peters hat in dem Zusammenhang ein schönes Beispiel aus dem dritten Jahrhundert vor Christus geschildert. Einer der Ptolemäerkönige, Ptolemäus III., legte sich den wohlklingenden Beinamen Euergetes zu, Wohltäter. Er nannte sich also selber Wohltäter. Das Volk verstand aber sehr schnell, dass der Mann vor allem sich selber wohltat durch seine Völlerei und sie nannten den Selbstländern Euergetes dann lieber Fiskon. Und Fiskon kann man am besten übersetzen mit Hängebauch. Also so mancher Wohltäter wäre leicht, als Hängebauch zu entlarven. Und Asaph? Asaph steht fassungslos daneben und kann nicht verstehen, dass die Massen ihren Unterdrückern noch Lorbeerkränze winden und ihre Unterdrückung sogar wollen. Das ist ja nach Hannah Arendt ein wichtiges Kennzeichen totalitärer Herrschaft. Die Menschen verteidigen diese Herrschaft, die sie einkerkert. Sie denunzieren jene, die sich dieser Herrschaft nicht beugen. Die Mengen. Und so scheint das Glück der Gottlosen nahezu unzerstörbar zu sein. Und was ihre Hybris noch weiter verstärkt, so dass sie schließlich selber glauben, sie könnten sich Gottes Kontrolle entziehen, das sehen wir dann in Vers 11 und 12. Sie sprechen, wie sollte Gottes Wissen, wie sollte der Höchste etwas merken? Und Asaph fügt hinzu, siehe, das sind die Gottlosen. Sie sind glücklich in der Welt und werden reich. Immerhin, wie sollte Gottes Wissen, wie sollte der Höchste etwas merken, schwingt in dieser trotzigen Bemerkung auch die leise Angst mit, dass man diesen Gott möglicherweise doch nicht so leicht abschütteln könnte. Man glaubt sich seine Gottesleugnung selbst nicht ganz, wie wir das auch immer wieder bei Zeugnissen von Charles Darwin finden, der im letzten Jahr seines Lebens von einem Besucher auf bemerkenswerte Forschungsergebnisse angesprochen wurde, über die Betäubungsmechanismen der Orchideen und die Rolle der Regenwürmer und so weiter. Und er stellte fest, dass diese wunderbaren Dinge doch unmöglich betrachtet werden könnten, ohne an das Wirken eines Schöpfers zu glauben. Und Darwin schaute diesen Besucher scharf an und sagte, ja, das überkommt mich auch manchmal mit überwältigender Macht. Aber ein anderes Mal, und hier schüttelte er abwägend den Kopf, scheint es wieder zu verschwinden. Und in einem Brief an seinen Freund Charles Lyell schreibt Darwin, Wenn ich darüber nachdenke, wie oft sich schon Männer jahrelang einer Täuschung hingegeben haben, läuft es mir kalt den Rücken herunter. Und ich frage mich, ob ich nicht etwa mein Leben einer Fantasie gewidmet habe. Zitat Ende. Charles Darwin Und so auch hier, noch in ihrer Leugnung, kann man die Angst vor Gottes Existenz erahnen. Wenn Stephen Hawking sagt, der Himmel ist ein Märchen für Leute, die Angst haben vor der Finsternis, dann konnte John Lennox, der Christ und Mathematiker, dagegenhalten. Nein, nein, der Atheismus ist ein Märchen für Leute, die Angst haben vor dem Licht. Und dennoch kommt Asaph zu dem für ihn schockierenden Ergebnis von Vers 12, siehe, das sind die Gottlosen, sie sind glücklich in der Welt und werden reich. Wir wissen, wir wissen aus einer kritischen Distanz heraus, dass diese Gleichnis, diese schlichte Gleichung nicht aufgeht. Man kann bestimmt mehr Zitate von berühmten Reichen finden, die ihr Unglück dokumentieren, als die These, dass der Reichtum sie glücklich gemacht hätte. Ein klassisches Beispiel dafür ist immer wieder Aristoteles Onassis, der weltweit die größte private Wahlfangflotte aufbaute, der viele große Reedereien begründete, der ein Öl-Multi war. Und was wurde aus ihm und seiner Familie? Als seine Affäre mit der Opern Diva Callas bekannt war, ließ sich seine Frau scheiden. Sie beging später Selbstmord mit einer Überdosis Schlaftabletten. Sein Sohn Alexander wurde 1948 in Athen geboren. Er stürzte 1973 beim Testflug ab. Drei Tage lag er im Koma, bis sein Vater entschied, die lebensverlängernden Maßnahmen einzustellen. Seine Tochter Christina Onassis kam 1950 in New York zur Welt. Sie war viermal verheiratet. Auch die vierte Ehe scheiterte. Der Tod ihres Bruders, der Selbstmord ihrer Mutter und schließlich der Tod ihres Vaters stürzten sie in tiefe Depressionen. Sie starb am 19. November 1988, also mit 37 Jahren, an einem Höhenlungenödem im Buenos Aires aufgrund extremen Alkohol und Tablettenmissbrauchs. Siehe, das sind die Gottlosen. Sie sind glücklich in der Welt und werden reich. Aber schon Salomo schrieb das im Predigerbuch, was man an der Geschichte von Onassis und anderen studieren kann. Prediger 5, Vers 13, Prediger 5 ab Vers 13, da wird es in der Bibel schon so vorweggesagt gewissermaßen. Prediger 5 ab Vers 13. Denn der Reiche kommt um durch ein böses Geschick und wenn er einen Sohn gezeugt hat, dann bleibt ihm nichts in der Hand. Wie er in der Nackt von seiner Mutterleibe gekommen ist, so fährt er wieder dahin, wie er gekommen ist und trotz seiner Mühe nimmt er nichts mit, wenn er dahin fährt. Das ist ein böses Übel, dass er dahin fährt, wie er gekommen ist. Was hilft es ihm denn, dass er in den Wind gearbeitet hat? Sein Leben lang hat er im Finstern und in Trauer gesessen, in großem Grämen und Krankheit und Verdruss. Und trotzdem kann sich das, was wir bei Asaf sehen, schnell in unseren Herzen einnisten. Dass wir die Lebenssituation von Ungläubigen idealisieren. Dass wir sie beneiden um bestimmte schöne Dinge, die sie vermeintlich genießen, um Macht, die sie haben, oder Güter, die sie besitzen. Und dann starren wir auf das scheinbare Glück der Frommen. Und dann stehen wir in der Gefahr, eine Haltung einzunehmen, die unser Psalm beschreibt dann in den Versen 13 bis 16 als das scheue Grübeln der Gläubigen. Das scheue Grübeln der Gläubigen. Ab Vers 13. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin noch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sah ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Der Bann der Gegenwart. Ihre Sorge. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt? Benedikt Peters sagt zu Recht, dieser Satz ist eines Gläubigen unwürdig. Soll es umsonst sein, dass ich versucht habe, dem Herrn treu zu sein und ihn zu ehren? Sollte am Ende der Glaube sich nicht lohnen? Sollte Gott sich etwas schenken lassen? Sollte der Herr seinen Diener aus dem Blick verlieren? Und Vers 14. Ich bin noch täglich geplagt. Meine Züchtigung ist alle Morgen neu. Der Blick auf die eigene Situation. Offensichtlich geprägt von immer wiederkehrenden Schwierigkeiten. Es wird hier nicht näher beschrieben, worin sie bestanden. Deswegen kann hier jeder von uns seine eigene Mühsal eintragen. Und dann diese wirre Sorge. Wir könnten in Gottes Gefolge irgendwie zu kurz kommen. Hier sehen wir Asaph ganz im Bann der Gegenwart gefangen. Asaph vom toxischen Lebensgefühl des Zeitgeistes ruhig gestellt, in seinem Urteil verfinstert. Und Benedikt Peters schreibt, so urteilt der Sünder. Sein momentanes Ergehen ist ihm der wirkliche Bezugspunkt, an dem er alles misst. Geht es ihm gut, ist die Welt gut? Geht es ihm schlecht, ist die Welt schlecht? Und Asaph sagt nichts anderes zu Benedikt Peters, als dass Gott und seine Verheißung nichts taugen. Das sei doch damit hinlänglich erwiesen, dass es ihm so dreckig gehe. Aber dann meldet sich doch sein Gewissen und sein Verantwortungsbewusstsein, schauen Sie, das ist so interessant, hindert ihn wenigstens daran, seine Gedanken auszusprechen und an andere weiterzugeben. Und so langsam dämmert es ihm. Ab Vers 15, da sagt er, Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. Das heißt, würde ich so reden, wie ich zurzeit denke, im Bann der Gegenwart, so dass ich so denke wie sie, dann würde ich treulos an meinen Mitchristen handeln. Dann hätte ich sie auch entmutigt, dann hätte ich sie auch verwirrt, dann hätte ich sie auch zu falschen Erwartungen provoziert. Und hier in Vers 15 haben wir jetzt den Moment, wo es Asaph zu dämmern beginnt, dass an seiner Lagebeurteilung etwas nicht stimmt. Aber er hat die Lösung noch nicht. Er ahnt aber, in diese Richtung kann ich nicht weiter grübeln und das schon gar nicht anderen weitergeben. Aber wo soll ich dann suchen? Und so wächst aus dem Schweigen von Vers 15 das Nachsinnen von Vers 16. So sann ich, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Der Versuch einer rationalen Bewältigung, irgendetwas stimmt nicht an meinem Ansatz. Und die Bibel fordert uns ja auf zum gründlichen Denken, zum Beispiel 1. Korinther 14, Vers 20, seid nicht Kinder im Denken, sagt Paulus. Denkt ordentlich, denkt reif. Aber um diese großen, schweren Zusammenhänge unserer Existenz zu verstehen, da reichen eben die Mittel unseres Verstandes am Ende nicht aus. Und Menge übersetzt, sehr schön, doch es war zu schwer für mein Verständnis. Es war zu schwer. Auch um den Gang der Geschichte zu verstehen, sind unsere intellektuellen Möglichkeiten zwar einzusetzen, aber am Ende zu begrenzt. Und jetzt, jetzt ist Asaph endlich soweit, die entscheidende Wendung zu vollziehen und aus seinem Grübeln heraus ins Heiligtum zu flüchten. Und das heißt, zu Gott. Und das ist jetzt das Momentum. Das ist der Punkt, wo es kippt. Der Kairos dieses Psalmes gewissermaßen. Schauen Sie, der Umbruch von Vers 16 zu Vers 17, den müssen Sie in Ihrer Bibel ganz dick anstreichen. So sah nicht nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf Ende. Das ist der Moment, wo die Sache die Richtung wechselt. Das ist der Moment, wo langsam das Dunkel weicht. Und von da an ändert sich konsequent die Grammatik vom Ich zum Du. Ab hier. Das Entscheidende ist die Grammatik. Das heißt, aus dem menschlichen Sinieren über die eigene Situation wird jetzt ein vertrauensvoller Hilferuf an Gott. Aus dem Sinieren über deine Situation, dem Hin und Her wägen, wird jetzt der Blick nach oben und zu ihm und auch die ganze Hilflosigkeit, die wir ihm entgegenrufen. Und das Entscheidende an Vers 17 ist nicht der Ortswechsel, sondern der Perspektivwechsel. Also der Tempel ist nur Hilfe und Anlass, den Blick auf Gott zu richten. Bis ich ging in das Heiligtum. Bis ich endlich meine Bibel aufschlug. Bis ich endlich den Gottesdienst besuchte. Bis ich endlich mit den Glaubensgeschwistern zusammen betete. Und so wird im Heiligtum das Sinieren zum Gebet. Und von dem Moment an, und das haben wir auch oft so erlebt, wird klar, dass die vermeintlich mächtigen Akteure selber machtlos sind. Das ist Vers 17, zweiter Teil. Und merkt auf ihr Ende. Verstehen Sie, erst im Tempel kann Asaph die Wirklichkeit verstehen. Erst über der Bibel können wir die Wirklichkeit richtig einordnen, an die uns umgibt. Und Benedikt Peters, ich zitiere noch mal, sagt zu Recht, der Weg in den Tempel ist nicht die Flucht vor der Wirklichkeit, sondern die Flucht in die Wirklichkeit. Nicht die Flucht vor der Wirklichkeit, sondern die Flucht in die Wirklichkeit. Der Weg zu den Bibeltagen ist die Flucht in die Wirklichkeit. Und deshalb dokumentieren die folgenden Verse dann das schonungslose göttliche Gutachten. Das sind die Verse 17 bis 22. Das scheinbare Glück der Frommen, das scheue Grübeln der Gläubigen, das schonungslose Gutachten Gottes, das schonungslose göttliche Gutachten. Und wir lesen die Verse 17 bis 22. So, bis ich ging in das Heiligtum und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst dich auf schlüpfrigen Grund und stürzt sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht. So verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr. Und ich wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Das schonungslose göttliche Gutachten über die Gottlosen, aber auch über die Gläubigen. Wir merken den radikalen Umschwung. Wodurch hat sich dieser Umschwung vollzogen? Nochmal, nicht durch die Veränderung der äußeren Umständnisse oder Machtverhältnisse, nicht durch den Rücktritt der Regierung, obwohl das nichts Schlechtes wäre, nicht durch den Zusammenbruch des WEF, sondern den neuen Blick bekommen wir durch die neue Perspektive, die viel realistischer ist als die alte. So als wäre plötzlich ein Schleier weggezogen. Erst in Gottes Licht sehen wir das ganze Bild. Psalm 36, Vers 10 sagt es ausdrücklich. Psalm 36, Vers 10, wo es heißt, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Erst in deinem Licht sehen wir das Licht. Und ihr Lieben, genau das brauchen wir. Genau, das brauchen wir. Ach, ich habe hier bei der Gelegenheit, ich wollte Ihnen noch das Bild von Aristoteles und Assis zeigen, genau. Damit Sie sich ein bisschen vorstellen können, wo Sie den vielleicht schon mal auf einer illustrierten Seite gesehen haben. Okay, jetzt haben wir das auch noch gemacht. Also, wir brauchen es, wenn die Turbulenzen, wenn die Stürme, wenn die dunklen Wolken uns ängstigen, wenn sie unseren Blick trüben, wenn sie unsere Urteilskraft lähmen. Und auch dafür kann dieser Mann noch mal als Beispiel stehen. Dann dürfen wir uns in Gottes Haus flüchten. Dann dürfen wir uns zu den Bibeltagen flüchten und dort bekommen wir zum einen einen heilsamen Abstand vom Chaos der Welt. Das haben wir immer wieder erlebt. Wenn wir aus turbulenten Tagen einer Woche mit ständig sich überschlagenden neuen Verordnungen und neuem Unrecht uns flüchten konnten in den Gottesdienst. heilsamen Abstand vom Chaos der Welt. Und dann bekommen wir eine souveräne Perspektive, eine Sicht auf das Ganze. Und viele haben uns gesagt, dass sie das geradezu körperlich gespürt hätten. Diese Erleichterung, diese Ermutigung. Und wir haben wieder neu entdeckt, was es heißt zu singen In deinem Haus bin ich gern, Vater. Wie wir es eben gesungen haben. Aber gucken Sie sich dieses Lied noch mal an. In diesem Lied fehlt eigentlich eine Strophe der Not. Dieses Lied stammt noch aus der guten alten Bundesrepublik. Aus einer Situation, wo es relativ harm- und reibungslos zuging. Heute hätte man dieses Lied mindestens mit einer weiteren Strophe versehen. Und dort im Licht des Heiligtums erkennt Asaph dann, weil Gott es ihnen sehen lässt, die Erbärmlichkeit der Gottlosen und die Torheit seiner selbst. Das wollen wir uns noch ganz kurz angucken. Und dann sind wir in der Pause. Vers 18 und 19. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild. Und im Vers 18 hieß es, ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Und damit ist klar, die gilt es nun wirklich nicht zu beneiden. Sie müssen sich vor Gott verantworten. Sie sind seinem Urteil ausgesetzt. Vers 18. Sie haben nicht die Verheißung von Psalm 121, dass ihr Fuß nicht ausgleiten wird. Auf sie wartet, Vers 19, ein schrecklicher Tod. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Und eine Ewigkeit in Verdammnis. Das ist Vers 20. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Das heißt, alle irdische Macht und alle Erfolg werden sich als ein flüchtiger Traum erweisen, der nach dem Aufwachen bedeutungslos wird. Und mehr noch. Wie ein Traum, so ist es eigentlich gemeint, nach dem Aufwachen verschmäht wird. Also, weil er nicht mehr wichtig ist. So wird Gott das Bild, so wird Gott die Person dieser Gottlosen verschmähen, wenn sie vor ihm stehen. Vor den Menschen mag ihr Bild noch so sehr geehrt werden oder gefürchtet werden. Aber vor Gott werden sie nicht bestehen. Von Gott werden sie hinausgestoßen, verschmäht, gerichtet werden. Es ist nicht weit her mit ihrer Herrlichkeit. Und aus dieser Bewertung der Gottlosen, aus dieser Bewertung der Gottlosen, das ist der letzte Gedanke vor der Pause, folgt zwingend auch eine schmerzliche Einsicht über das eigene Urteil, das diese Gottlosen so beneidet hatte. Und das sind die Verse 21 und 22. Als es mir weh tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr. Wie blind bin ich gewesen, sagt Asaph. Und in dieser Kombination in Vers 21, Es tat mir weh im Herzen und stach in meinen Nieren. Da stehen die Nieren mehr für das Denken, für den Verstand und das Herz für den Willen. Und Denken und Wille und Emotionen haben sich gegenseitig da reingeritten, weil sie sich dem Willen Gottes nicht beugen wollten. Und dieses Nichtverstehen, das hat ihm wehgetan, dem Asaph. Wir kennen das ja. Er sagt, es stachen mich meine Nieren. Aber jetzt versteht er, was passiert ist. Und er sagt, ich habe mich eigentlich lächerlich gemacht. Ich habe mich wie ein Narr verhalten. Wie unsinnig habe ich geurteilt, wie kurzsichtig waren meine Schlussfolgerungen. Und jetzt begreift Asaph Sternen klar, wie absurd seine Interpretation in den Versen 3 bis 12 gewesen ist. Und jetzt gewinnt er den Durchblick über dem Wort Gottes. Und da wird die Sache dann plötzlich sehr klar. Sodass Asaph die Qualität seiner früheren Denkweise, der wir diese ersten Verse verdanken, womit vergleicht Vers 22 mit dem Verstand von Tieren. Er sagt, ich war wie ein Tier. Ich war blind wie ein Ochse. Könnte man das etwas freier formulieren. Warum? Weil er die göttliche Dimension dieser Frage völlig ausgeblendet hatte. Weil er die Lage 2020 bis 2022 interpretiert hat. et si deus non da retur. Als gäbe es kein Gott. Als hätte Gott nichts damit zu tun. Aber wir haben heute gehört, heute Vormittag, dass das unsere Bestimmung ist, auf Gott zuzuleben. Dafür hat er uns ja die imago dei, die Gott-Ebenbildlichkeit, verliehen. Damit wir seine Gestalte auf Erden sind. Damit wir Gott in alles hineinbringen. Damit wir alles an ihm messen. Damit wir alles in seinem Licht sehen. Und hier greift die alte These von Franz Grillparzer aus dem 19. Jahrhundert, dieser Satz, der ihm zugeschrieben wird. Humanität ohne Divinität ist Bestialität. Also Menschlichkeit ohne Divinität, ohne den Bezug zu Gott wird letztlich tierisch. Das ist es, was wir hier bei Asaf sehen. Humanität ohne Divinität ist Bestialität. Wird blind. Wo wir Gott ausblenden, folgen wir einer absurden Fehleinschätzung der Gesamtsituation. Und das erkennt Asaf jetzt als sein Hauptproblem. Wie aktuell. Aber Asaf kennt Gott gut genug, um zu wissen, er darf sich seiner Vergebung sicher sein. Und so endet, so endet dieser Psalm dann, wir lesen das nur noch, in der schönen Gewissheit des Glaubens. Ich darf immer auf Tuchfühlung sein mit Gott. Ich werde immer gehalten. Ich werde immer von ihm geleitet. Und ich bin auf ewig bei ihm beheimatet. Sie können das alles im Einzelnen noch mal genauer nachstudieren. Ich lese uns noch diese Verse. Dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Immer auf Tuchfühlung, immer gehalten, immer geleitet, auf ewig beheimatet. Und aus dieser wunderbaren Gewissheit heraus platzt es dann fast wie eine Liebeserklärung aus Asaph heraus, die Verse 25 bis 26, der sagt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten sollte, so bist du doch Gott alle Zeit. Meines Herzens Tov steht da wieder. Meines Herzens Trost, meines Herzens Fels und und mein Heil. Wen habe ich im Himmel als dich? Du genügst. Wenn ich dich habe, dann ist alles in Ordnung. Und am Ende dann diese Formulierung, die ich noch kurz erklären muss. Er sagt, Gott ist mein Teil auf ewig. Mein Teil auf ewig. Was ist damit gemeint? Da steht im Hebräischen das Wort Chelki. Und Chelki bezeichnet einen Anteil etwa am Grundbesitz oder einen Anteil an einer Speiseportion oder einen Anteil an der wunderschönen Gulaschsuppe heute Mittag. Also Anteil haben an etwas, etwas besitzen. Das heißt, Gott schenkt mir Anteil an sich selbst. Gott ist mein Teil. Er schenkt mir Anteil an sich selbst. Er selbst ist mein Gut. Gott ist dennoch Israels. Gut, da schließt sich der Kreis. Und dann steht am Ende, um nicht zu verwischen, um nicht zu verharmlosen, noch einmal der schicksalhafte Gegensatz der Geschöpfe. Da sind die, die von dir weichen, in Vers 27. Und da ist der, der sich zu dir hält, in Vers 28. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Da steht wörtlich die Weghuren von dir. Treuebruch. Gottlosigkeit. Die Weghuren von dir, die sich von dir abseilen, die mit dir nichts zu tun haben wollen. das ist kein hineintrudeln, aber das ist meine Freude. Und so der Herr gibt deine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Wann immer die Übermacht der Gottlosen und ihrer schlimmen Entscheidungen dich erdrücken will, wisse, du bist dem nicht ausgeliefert. Geh in das Heiligtum, lass dir von Gott diese Perspektive wieder deutlich machen. Das ist die Wahrheit, das ist die Wirklichkeit. Klammere dich an ihn und dann geh raus und verkündige all sein Tun.